Liebe Freunde, sonnige Grüße aus Dubai. Es ist mir heute einfach mal ein Bedürfnis, ein paar Worte an euch zu richten nach rund 13 Monaten BitClub Network. Das, was sich getan hat, das, was passiert ist und das, was wir vorhaben. Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch und ich habe ein Interview hochgeladen auf meiner Facebook-Frontseite mit Russ, einem der Mitbegründer vom BitClub und haben so ein klein bisschen mal die Vergangenheit Revue passieren lassen beziehungsweise auf das, was hier gerade auf uns zukommt und es ist so unglaublich spektakulär, man kann das nicht in Worte fassen. Einfach mal ein paar Fakten. Wir sind nun mal einer der größten Bitcoin-Mining-Pools der Welt aktuell. Wir haben in den ersten zweieinhalb Jahren über 90.000 Bitcoins ausgeschüttet, was einen aktuellen Wert von über 100 Millionen ausmacht. Was an Provisionen ausgeschüttet worden ist. Die Firma ist erst zweieinhalb Jahre auf dem Markt. Ganz am Anfang, als sie angefangen haben, habe ich mich registriert, habe aber 15 Monate gewartet, bis ich dann tatsächlich angefangen habe. Ich wollte halt sicher sein, dass es ein seriöses, ein langfristig orientiertes Unternehmen ist. Mittlerweile kannst du auf unabhängigen Seiten, kannst du die Ergebnisse nachvollziehen. Also über 100 Millionen an Provisionen, Storno-frei verdiente Provisionen in Bitcoin, die ausgeschüttet worden sind. Knapp 50 Millionen an Clubcoin, die an die BitClub-Partner noch verschenkt worden sind. Also das ist ziemlich großes Kino und wir sind mal so ein bisschen durchgegangen. Also es gibt viele Leute, die über 100.000 Dollar im Monat verdienen. Es gibt einige Leute, die über 200.000 verdienen. Die ersten knacken gerade so bei 300.000 Dollar, die sie sich monatlich an Geld verdienen. Aber was hier interessant ist, wir haben 100% Aktivität. Jeder verdient hier Geld. Jeder verdient hier Geld. Wer sich ein bisschen bewegt und das bewegt sich auf einem Niveau, wo ich immer so ein bisschen lächeln muss, wenn ich sehe, was so in der Network-Marketing-Szene draußen unterwegs ist, wie die Präsidenten und Diamant-Manager und Gold und Silber und 6-Star und 7-Star und wie sie alle heißen in den unterschiedlichen Unternehmen, wie die sich auf den Bühnen dieser Welt feiern lassen. Und man weiß, ja oder ich weiß auf jeden Fall, was solche Leute auf ihren Monatsabrechnungen haben. Wir haben alleinerziehende Mütter, die mit 20.000, 30.000 Dollar im Monat nach Hause gehen. Ich beweise das jeden Abend in meinen Live-Webinaren, zeige ich es live in meinen Konten, was hier passiert. Wir machen irgendwo um die 50.000, 60.000 Dollar Tagesprovision in meiner Organisation aktuell. Ich habe Leute, die bis zu 3, 4, teilweise 5.000 Dollar am Tag auf ihrer Provisionsabrechnung haben. Wir haben nur im Februar, hat der Bitclub ausgeschüttet, rund 8,5 Millionen an Provisionen. Ich meine Leute, und die Firma ist gerade zweieinhalb Jahre auf dem Markt und wir bewegen uns in einem Segment. Und ich meine, wir haben, guckt euch mal meine Facebook-Seite an, was ich vor einem Jahr gepostet habe. Da habe ich getrommelt, Leute, kauft Bitcoin. Da stand der Bitcoin noch bei 360 Dollar. Heute steht er knapp vor 1.300, der Bitcoin. Und eins ist sicher, ihr Lieben, das geht weiter. Ja, das geht weiter. Und dieses Feld, kryptografische Währungen, ist so unglaublich attraktiv. Natürlich sind wir mit der absoluten Nummer 1, dem Bitcoin, natürlich extrem gut aufgestellt. Aber auch Ethereum-Mining ist ein hochattraktives Feld, wo wir extrem groß engagiert sind. Seacash ebenfalls eine hochattraktive Möglichkeit. Wir sind in diesem Bereich ganz, ganz vorne. Wir sind so extrem gut vernetzt, dass wir tatsächlich dieses Know-how, wo andere von Träumen, diese Insider-Informationen, die bekommen wir im Grunde hier tagtäglich. Und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind Leute aus der Führungsriege, die sind auf dem letzten Bitcoin-Summit hier auf der Privatinsel von Richard Branson dabei gewesen. Das heißt, wir sind wirklich ganz am Nabel der Welt, was Informationen angeht in diesem Bereich. Hier wird Vermögensaufbau wirklich in Reinstkultur durchexerziert. Und die Schwätzer da draußen, die erzählen, ja, wer weiß, das lohnt sich ja gar nicht von den Renditen. Leute, ich kann in meinem Backoffice, das beweise ich jeden Abend, ohne eine einzige Person gesponsert zu haben, habe ich faktisch innerhalb der letzten 13 Monate mein eingesetztes Geld verdoppelt. Wo gibt es denn derartige Investments aktuell draußen auf dem Markt? Das heißt, es ist wirklich an der Zeit, anhand der Fakten, die wir mittlerweile belegen können, dass ihr euch jetzt mal mit dem Thema tatsächlich ernsthaft auseinandersetzt. Es kann nicht sein, dass ihr wirklich seht, was hier gerade in eurer Nachbarschaft passiert, wie sich Leute tatsächlich binnen kürzester Zeit sechsstellige Summen an die Seite tun. Leute, die Tausende und Abertausende von Bitcoins verdient haben innerhalb der letzten Monate und diese Bitcoins auch zum Großteil gespart haben, auf einem E-Wallet liegen haben und wo sich gerade Vermögenswerte entwickeln, wie man sich das nicht vorstellen kann. Hier sind, ihr könnt euch das Interview nochmal anschauen von Russ, hier sind Millionäre am Fließbahn entstanden innerhalb der letzten Monate. Das heißt, wir sind in einem Feld unterwegs, wir verkaufen keine Produkte, wir investieren in Hochleistungstechnologie. Unsere Rechner, während ich hier gerade mit euch quatsche, rennen unsere Rechner in Island, in Reykjavik, wo auch immer sie auf der Welt stehen und angeschlossen sind und erwirtschaften bares Geld für unsere Partner. Und 100% unserer Leute bekommen Renditen ausgezahlt, ein Teil wird reinvestiert in weitere Poolanteile, darauf gibt es Provisionen. Das heißt, ich habe mittlerweile über 250.000 Provisionsauszahlungen in nur einem einzigen Account bekommen. Und ich betreibe mehrere Accounts, ich habe mittlerweile über 60. Unsere Partner, die das System verstehen und wir nehmen euch an die Hand und zeigen euch wirklich, wie du deine Einkünfte multiplizieren kannst in diesem Bereich, unsere Partner flippen schier aus. Jeden Tag Provisionsauszahlungen. Ich weiß noch, wo wir damals das erste binäre System mit Destiny Telekom in Europa etabliert haben. Und was waren wir schockiert aufgrund der Effizienz, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt haben wir ein System, was tägliche Provisionen auszahlt. Ich meine, Leute, wenn ihr heute noch stolz darauf seid, dass ihr irgendwo einen Provisionscheck, den ihr zwei Wochen, nachdem der Monat zu Ende ist, von der Firma nach Hause geschickt bekommt, wenn ihr den noch postet, dann frage ich mich wirklich, ihr lauft ja wirklich der Zeit hinterher. Weil heute läuft das elektronisch. Heute bekommst du, wenn der Umsatz gebracht ist, in der Sekunde ist die Provisionsabrechnung und die Bitcoins kannst du dir rausziehen. Auf dein E-Wallet, deiner Wahl, wo auch immer in der Welt hin. Das Ganze ist zu 100% anonym, selbst die Firma will nicht wissen, wem gehört das Konto. Denkt mal drauf rum, was gibt dieses System euch für Möglichkeiten, euch finanziell unabhängig aufzustellen. Und die Menschen da draußen, die wir als Kunden begeistern und als Kunden beginnen, und ich sage immer, und wir belegen das auch, selbst wenn du nicht einen einzigen Sponsor hast, machst du mit diesem Business, mit dem Investment, machst du eine gigantische Rendite. Du wirst dich dafür ein Leben lang feiern. Aber wenn du verstehst, wie der Club funktioniert, die Provisionen, die wir ausschütten, die bestehen zu 100% in der Startprovision, zu 100% daraus, dass wir Einkaufsrabatte erhalten, weil wir unsere Hochleistungsrechner tatsächlich in Masse kaufen. Du bekommst exakt die gleiche Rechnerpower, wenn du direkt bei Bitmain zum Beispiel dir deinen Rechner kaufen würdest, dann hast du exakt die gleiche Rechnerpower, als wenn du für dasselbe Geld bei uns Poolanteile kaufst. Und das ist so spektakulär. Wir bekommen natürlich, weil wir jetzt gerade eben wieder vor kurzem Rechnerpower gekauft haben für 80 Petahash, aktuell, das waren über 8 Millionen, die gerade wieder in Hochleistungsrechner investiert wurden. Unser Pool läuft gerade auf 100 Petahash. Ihr könnt das ja nachvollziehen, liebe Leute. Geht doch auf unabhängige Seiten und checkt das. Wir werden innerhalb der nächsten 3-4 Monate auf etwa 180 Petahash hochgehen. Und innerhalb der nächsten 6 Monate werden wir bei etwa 250 Petahash laufen. Wir werden bis zum Ende des Jahres einer der Top-3-Pools sein, womöglich der größte der Welt. Wir sind aktuell in einem Feld unterwegs, was unabhängig nachvollzogen werden kann. Und die Renditen, die wir erzählen, sind spektakulär. Wenn du dich jetzt an dieser Nummer beteiligen möchtest, dann sage ich dir eins, der Trend und diese Massenhysterie, da sind wir noch gar nicht. Das geht tatsächlich jetzt gerade erst los, weil die Leute begreifen, wie ernsthaft dieser Bitcoin zu nehmen ist. Das ist in Japan mittlerweile aktuell als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert. In der Schweiz kannst du in 1200 Automaten der Schweizer Bahngesellschaft Bargeld in Bitcoin eintauschen. In Zug in der Schweiz kannst du deine Steuern mit Bitcoin bezahlen. Jeden Tag kommen Tausende und Abertausende von Händlern dazu, die Bitcoin akzeptieren. Wir sind hier gerade an einer Schwelle, wo es wirklich sträflich ist, sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Und deswegen, liebe Leute, nehmt dieses Video, teilt das in die Welt, gebt euren persönlichen Link dazu und gebt den Menschen die Möglichkeit, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Hier wird gerade eine Masse an Kapital quasi kreiert durch die stetig wachsende Nachfrage. Und wir sind tatsächlich am Nabel des Ganzen. Wir sind die Miner. Das heißt, wir sind die Goldmine. Wir sind nicht der Händler da draußen, sondern wir sind die, die die Bitcoins erstellen. Unser Pool hat aktuell über, lass mich nicht lügen, 41.000 Bitcoins geschürft, die wir zu 100% an unsere Mitglieder ausgeschüttet haben. Also das ist jetzt nicht hier so eine kleine Kinderlein-Kristbaum-Nummer, sondern das ist wirklich das geilste Business, was ich jemals durchgeführt habe. Ich bin seit 30 Jahren im Network-Marketing. Ich habe über eine Million Vertriebspartner in den unterschiedlichsten Organisationen für meine Teams aufbauen können. Ich kann euch eins sagen, ich war A, niemals so begeistert. Ja, nicht als schnellster Diamant der Welt bei FFP, nicht bei Dubli als einer von zwei Senior-Vice-Präsidenten, bla bla bla. Ja, alles Geschichten aus der Vergangenheit, wo wir sicherlich schon extrem erfolgreich gewesen sind. Das ist alles lächerlich gewesen. Alles, aber auch alles, was hier gerade passiert, was hier an Einkünften läuft. Ich habe alleine in den letzten vier Wochen über 200.000 Dollar an Provisionen hier verdient. Und wenn ich mir anschaue, was aus den Bitcoins, die ich in diesen paar Wochen jetzt verdient habe, ich sage jetzt mal die letzten vier Wochen, und wenn ich mir vorstelle, dass der Bitcoin hier in den nächsten wenigstens zwei, drei Jahren mal locker flockig bei 8.000 bis 10.000 Dollar steht, dann weiß ich, über welche Größenordnung wir hier gerade sprechen. Also, das hier nicht ernst zu nehmen, schwöre ich euch, Leute, ist ein Verbrechen am Kapital, und zwar an eurem eigenen. Also, seid ein bisschen clever. Nehmt jetzt mal den, weiß ich, euch die Zeit, euch die Videos anzuschauen. Kommt auf ein Live-Webinar, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mache ich persönlich Live-Webinare, die auch live sind, ja, und nichts irgendwie so aufgezeichnet, sondern ich gehe jeden Abend live in mein Backoffice und zeige euch und belege euch die Zahlen. Erfolg ersetzt alle Argumente, liebe Freunde. Und deswegen werdet wach und helft den Menschen da draußen, Geld legal in die Anonymität zu bringen, weil das ist das, was in der heutigen Zeit tatsächlich wichtig ist. In diesem Sinne, sonnige Grüße aus Dubai, euer Jörg. Tschüss.